Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, der für EURY und... Moin EURYWASKI, Jeremy, natürlich auch am Start. Geil, bist auch dabei. Wir versuchen heute eine Skybase zu bauen, bisschen auf heftig Skybase bauen. Ich hoffe, dass es klappt. Let's go mit dem Video, oder? Ja, safe. Gut, let's go. Und Leute, jetzt geht es auf jeden Fall in die Runde rein. Wohl, landen wir? Ich glaube, wir landen paletti, Landi, oder? Oh,ластti... bad, وہ gut! hacef, say, safe. aber wir wollen noch ein bisschen Stein Metall... oder wir wollen alles! Aber wir müssen auch erstmal fettigen Zonen laufen, damit wir es auch erstmal schaffen, so bei mir, die 1. Zone und 2. schon mitnehmen. Ja, 32 und zwei Zonen müssen wir noch fahren und dann hier drinne Zone reinborn. Levysel вкусs Solar machen wir, Adam wir gewinnen das? leute jetzt noch vorbeigeschaut hat lassen aber oder mit ja auch keine weiteren videos verpasst mit mir und oben das ist immer gab es hier noch schön überm wasser wohnen das ist gut ja das ist echt smart und da sind auch noch gegner der wird sich abschießen da nein schulden gott er drückt mir ja ganz heftig ja komm er hat mich ich war zu lust warum ist doch unten gewesen hier unten geblieben die kamen auf einmal ich habe gesagt ja ich muss aber ja okay halt auch eine nächste runde nächster 2 ich will sie draufkündiger das auto dreht sich war so scheiße ja ich bin drohtiger er hier muss hier ja kommt dahin der truck ist nicht da ich bin tot ich bin tot ob sie mir kommt zu mir wenn dies nein gar nichts doch wir trotzdem schaffen wir trotzdem nicht einfach mal nicht wir sind dort wir schaffen es glauben wir schaffen sie nicht jetzt noch mal dass es jetzt brauchen wo ist denn das ist auch nicht da dahin auto sagt jetzt komm her komm her sonst stürmst du ja wir haben mal vor deswegen die was für die scheiß du hast keine bändis alter du hielt sich die ganze zeit habe ich nicht sogar ich habe den lkw genommen ich habe dir gesagt noch den lkw nehmen also ich habe gesagt ja lass den lkw nehmen ich habe nie gepinkt das kommen in das auto wenn hast du gesagt wollen wir die taxe daneben die wir nehmen die taxe links ok ich komme das macken was davon ja und das macken digga ich werde sterben trotzdem man nimmt mich besser aus ja komm ich gehe geht wie sie sind schlussmärkig hätte ich mir die bauten also doch bald ich bin tot ich bin auch tot ich habe gesagt ich habe gesagt wir wollen das nicht scheiße ich dachte werden wir beide an den truck übernort gelebt aber was machen wir diesmal lachen diesmal gleich probieren ok nein es war nicht dumm wenn die zone bei uns fällt dann haben wir haben wir 100 prozent diesen paletti gelandet und schon so hatte ich mir im netz als andere ich hatte ich hatte ich hatte doppelt so viel wie viel okay dann los paletti stimmt schon ja dachte wegen mit teilweise heftiger ist ok so zwei leute wir kriegen es hin wir kriegen es hin wir kommen immer an jahren unser ziel sage ich euch er lasst uns diesmal nicht gleich die paletten abbauen sondern lasst uns das haus komplett abbauen die wir mindestens 300 preis stein pro person die sind davon diesmal nicht schlecht da leger du kannst ja nicht runter wollen es ist unmöglich ja ich habe da ich habe das hingewort da kannst du auch was anbauen hallo damit du hast du da machst oh shit ich habe keine ich habe darüber nachgedacht ich habe das dummste kind in fordnett du bist das dummste kind in fordnett in meinem ganzen leben gesehen aber wirklich so was wie dich existiert nie auf dieser welt es war eine millisekunde diga es war eine millisekunde das ist nicht in anschauen du hör ich habe gesagt bruder da ist noch so eine stelle wo es sind gewahrt über die was man so okay an die tonnerin da ich dachte ich dachte ich habe sie habe ich weiß nicht wo sie ist weil ich werde so sterben es ist denn das schon wieder für ein toxic boy ich glaube in die zone geht die wir sind ja auch noch weiter ja 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 ich hatte autosprint an kommen wir gehen in die toalette vielleicht landen wir irgendwo in der zone das war alles nur wegen mir aber ich fand sich jetzt sind wir auch mal wegen deiner dummheit ist gleich schaffst du hast noch wir müssen das boden jetzt kommt ja ich habe gar nichts würde jungen lerne mich bei der mit einfach ich glaube ich weiß nicht aber die haben so weggeleitet daher das sind kurz aber du kannst mit auto im alter ja wahrscheinlich der ah ja i love it versuchen wir mal vor 1 next, next try guys oder der next round auf jeden fall werden wir jetzt recht bei ihm ok leute, wir sind natürlich gestorben gestorben wo landen wir petty oder petty oder wie das heißt ne die land lass hier land da wirds zu farmen da stehen grad mal 3 bäume ah digga what the fuck ich hab gestorben ja da ist ein bäum ja digga voll viele bäume alter hier haben sogar gegner wird zum verarschen das ist ein echter ja komm 3hp 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 wie heftig wie traurig leute neue runde neues glück das ist jetzt die 20 runde geführt wir gucken jetzt einfach mal wo wir irgendwas kriegen wir gehen jetzt wading woods hier ein bisschen abgelegen und dann ich hoffe das eh nicht also ich ich hab mein album auf mein lautsprecherkabel oder auf mein headset kabel gestellt und das tat sooo also ich sag das es unmöglich ist eine skype zu bau das gucken wir noch aber ich denke auch aber wir gehen ja niemals auf in unserem leben sonst wenn man aufgibt dann ist man verloren dann ist verloren du darfst nicht aufgeben ich geb auch auf wir müssen bleiben geliefert ich seh die nicht mehr komm her ich hab noch weniger dich da der da ne naja komm wir müssen selber noch da die baggern mich alle ab ich hasse sie ich hasse spieler die werden so gebannt ich hasse es 1 gegen 1 oder was ich bin dauernd aber egal egal du wirst erstmal gebannt wo kann ich hier spieler mail import spieler mail spieler mail mit jeder verbindung afk inaktiv schienen und hinten der kastum hat mich indemiert ja der team ist einfach zu heftig gefällt ich habe ihn wegen schien und hacken gemeldet ich habe ihn wegen schien und hacken gemeldet ich habe ihn wegen schien und hacken gemeldet der hat einfach einen hässigen skinnungen gewesen der muss das ja gehackt oder geh oder so leute wir haben es jetzt mehrere mal probiert aber nach unserer sicht ist es einfach unmöglich noch ein skybase zu bauen skybase ist einfach scheiße es ist unmöglich man sagt mir die ganzen maps und dann am ende verreckt man abonniert auch diesen kanal um nichts zu verpassen und abonniert auch jeremy der ist in der infocard verlinkt aktiviere die glocke und gibt mein quater kult ein ich habe ein neues intro das werde ich mir angucken und tschau bei 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 bei